Okay, Chat, passt auf. Passt auf, kommt her. Tobi, nimm dir den Stuhl. Willst du dich nicht hinsetzen? Willst du stehen bleiben? Also Leute, folgendes ist passiert. Ich hab eben mit der Wife, wenn nicht du wäre, aufgenommen. Der Wife hat gesagt, ich bestell dir was zu essen. Digga, das sind 800-Jährige. Digga, der hat... Ah, blöd! Ist das heiß, Junge? Der Wife hat uns für 70 Euro ein Essen bestellt. Im schlechtesten Restaurant in ganz Köln. Echt jetzt? Wir haben wie viel Süß-Sauersoßen? Da sind nochmal drei Stück. Und ich muss ehrlich sagen, Leute, es stinkt bestialig, Digga. Holy shit. Das sind alles Frühlingsrollen. Digga, da sind acht, no joke, zehn, zehn Typen. Boah, die ist aber riesig. Ich ruf den jetzt mal ganz kurz an, Digga. Ich muss ja wenigstens wissen, ob da Fleisch drin ist oder nicht. Wartet mal ganz kurz. Wie es aufzieht. Sind das alles die gleichen? Ganz unten ist noch was. Irgendwas stinkt hier übertrieben. Oh! Digga... Digga... Okay, warte. Ich muss die Wife unbedingt erreichen. Ich muss kurz auf dem Team-Speak, Leute. Es geht nicht anders. Ich muss kurz fragen, was in dem Essen drin ist. Ich kann jetzt nicht irgendwas essen, was scheiße ist. Ich kann jetzt keine Scheiße fressen. Der hat Anmerkungen beim Restaurant geschrieben. Und wenn die jetzt da Gummibärchen reingemacht haben oder so... Scheiße, wir stopfen noch mal jemanden im Team-Speak an. Wie geht das? Hey, Junge. Okay, wir warten kurz, bis sie weit wiederkommt. Also, wir haben auf jeden Fall... ...ne Menge Frühlingsrollen hier, Chat. Nimm dir mal einen Stuhl, komm, Tobi. Komm. Ich will, dass du mitisst. Das ist doch für uns beide. Das ist doch für uns beide. Nein, das ist doch für uns beide, bitte. Die haben uns beide ein Essen bestellt. Guck mal. Nein, bist du doch auch gar nicht. Hä? Digga, hat der uns einfach 90 Frühlingsrollen? Das sind nur Frühlingsrollen. Es geht immer weiter. Es hört nicht auf. Hä? Digga. Das sind 100 Frühlingsrollen einfach. Du hast einfach ein Steak bekommen. Du hast legit einfach ein Steak bekommen. Digga, was ist denn mit Lukas los? Okay, Digga, das ist schon mal für dich das Steak. Gönn dir. Okay, stell mal hin. Was ist das hier? Ih, das Lift von unten. Aber er gönnt. Du hast ein Steak bekommen. Was ist das hier? Was ist das hier? Hier ist irgendeine Suppe oder so. Was heißt XS? Was heißt das? Ich weiß nicht, was das heißt. Hä? Hä? Was ist das? Chat? Digga, was? Guck dich nicht gerade an. Was denn? Checkt mal ganz kurz. Das sind einfach Zwiebeln mit brauner Soße und Reis. Ich höre dich doppelt. Das tut mir natürlich leid. Hä? Warum hört ihr mich doppelt? Das kann nicht sein. Wieso? Was ist hier los? Hallo? Hä? Ah, jetzt. Okay. Jetzt? Jetzt besser? Hä? Jetzt? Jetzt besser? Ja, jetzt ist gut. Okay. Okay, Digga. Das ist schon mal todes weird hier. Das ist schon mal todes weird. Was ist denn das? Das sind einfach Zwiebeln. Gib mir mal. Gib mir mal so eine Gabel. Das sind Zwiebeln mit Reis. Das ist denn? Ist der dumm? Das sind einfach Zwiebeln mit Soße. Das sind einfach nur Zwiebeln. Das sind nur Zwiebeln mit Reis. Was ist das für eine Soße? Hä? Hä? Ah, ist die Reis. Ah. Ich probier das jetzt hier, okay? Hä? Hä? Was ist das denn? Digga, was ist das? Ist das Zwiebeln? Jetzt riecht er doch einfach nach Zwiebeln mit Soße. Hä? Das ist kein Bambus. Das sind wirklich Zwiebeln. Das sind Zwiebeln, Leute. Das ist kein Bambus. Ich schmecke den Unterschied. Das sind wirklich Zwiebeln. Bah, 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 bah. Das ist irgendein Gewürz, was ich hasse. Äh. Äh. Okay, weg damit. Ganz schnell weg damit. Beiseite, Digga. Nichts sei gern. Soll ich so eine Frühlingsrolle probieren? Ja, aber was? So ein Fleischstritt? Ist der Fleischstrittartiger? Nein, denkt man nicht. Gebt mir mal, gebt mir mal so einen Teller. Hier ist noch einfach irgendeine Soße dabei. Boah, sieht das nasty aus. Boah, das stinkt so. Hier. Ich gucke, ich gucke, ob das Fleisch drin ist. Das sind auch nur Zwiebeln. Was? Hä? Aber die geht, oder? Geht die? Soll ich mal eine Pommes probieren? Hä? Ich brauche mein Handy. Ey, Digga. Also, das ist... Jetzt Frühlingsrolle geht, klar. Wie? Also, ich glaube nicht. Was sind das? Hier ist noch Reis, oder? Willst du reißen? Boah, Junge, die ist todes scharf. Frühlingsrolle? Aha. Und übersalzig, hä? Wo kann man denn sowas bestellen? Luca? Ja? Bist du dumm? Warum? Das ist alles mit Zwiebeln gefüllt. Ja, das war halt ein Zwiebelgericht, ne? Das war eigentlich mit Reis und so, aber ich habe extra hingeschrieben, ohne Beilagen, also nur Zwiebeln. Hä? Das ist doch lecker, oder? Und warum hast du acht Frühlingsrollen bestellt? Zehn. Zehn? Ja. Die sind auch mit Zwiebeln gefüllt. Hä? Da sollte alles vegetarisch normal drin sein. Die schmecken überschlecht. Ganz kurz, hast du die Tomatensuppe schon probiert? Tomatensuppe? Ja. Nee, warum? Probier die mal, bitte. Ich habe ja keinen Löffel hier unten, ne? Ja, dann trink so draus, ist ja egal. Aber probier mal kurz. Trink einfach. Nicht auch schön. Also gut. Einen guten Schluck. Oh! Oh Gott! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Was denn? Halt's Maul, was ist da drinne? Digga! Ich habe das runtergeschrieben, macht das so scharf, ihr könnt alles, was ihr habt. Dann habe ich sogar nochmal angerufen und habe gesagt, ich esse gerne feurig. Ich will alles haben, was ihr wollt. Geil, Digga! Ey, Junge, was ist das? Ah, Digga, ich kacke ab. Ey, das ist wieder wie bei diesem Stream. Oh, nee. Digga, das ist doch nicht scharf. Nicht trotzdem. Ah, shit. Warte. Soll ich mal vorlesen, was ich ihm als Anmerkung geschrieben habe? Also, bei der Tomaten-Suppe abschieben, bitte so scharf es geht. Ich mag es scharf. Extra, extra scharf. Da drunter in Caps nochmal. Extra, extra, extra scharf. Und dann bitte. Bei Frühlings-Suppe abschieben, da freue ich mich drauf. Bei gebratenen Zwiebeln mit Reis. Bitte ohne Reisnudeln. Einfach nur Zwiebeln angebraten. Dann Tzatziki. Weiß nicht, wofür das passt, aber guten Hunger. Dann noch eine Flasche Rosé. Und ein Rumstick für Tobi, ne? Einfach ohne alles. Tobi kann auch mal probieren. Die ist halt leicht würzig. Die ist leicht würzig, Digga. Die brennt dir alles weg, Digga. Alter, Gediegen. Ja gut. Hä? Ich bin kurz davor. Ich muss mich gerade richtig zurückhalten. Digga, mein Mund. Ja. Mein Mund, es ist... Kannst ja mit ein paar Zwiebeln spülen, so, weißt du? Gut, aber ich bin dann an der Stelle wieder raus. Ich muss auch langsam los. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen guten Hunger. Und, ähm, ja. Hau rein, ne? Tschö. Oh, baby. Ich kann jetzt trinken. Ich kann jetzt trinken. Ich kann jetzt keine Flasche Wein trinken im Stream. Ich muss da Auto fahren. Das ist ja cool. Ich hab nur irgendwo eins stehen. Hier. Doch, trink Wein. Okay, mit weg, tschüss. Riech mal daran, riech mal daran. Riech es mal einfach nur. Digga. Digga, das ist wie, dass wir in der Heizung... Ich hab einfach... Drei... Digga. Ich hab gerade... Drei von diesen Chili... Kern... Einfach... Geschluckt. Ich hab keine Milch hier. Zwiebeln sind gut, Krebs vorbeugen. Ich scheiß mir in die Hose. Diese Tomatensuppe kann kein Mensch essen. Nimmst du Reis? Ja, Reis ist maybe echt ne gute Idee, oder? Ja. Digga, du hast mir hier ne Gabel. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Digga, was ist denn mit 8 Kilo? Was ist das? Was ist das? Satsiki? Ja. Was ist das? In welchem Asi-Embus kriegt man Satsiki und Rumsteak? Probier das Steak wenigstens mal, Tobi. Das Steak, hat er gesagt, ist komplett safe. Ist ganz normal. Digga, dann lügt doch. Also, Leute. Oh. Doch, es hat geholfen. Es hat geholfen. Es hat Real Talk. War guter Kohl? Digga, soll ich... Wie wird das jetzt schmecken? Ja, es ist halt ein Steak, was aus der Schachtel kommt, ne? Zeig mal von innen. Ja, T. Das haben die einfach... Digga, zeig's mal in die Kamera. Digga, guck mal, es ist so Tee. Ich kann die nicht ab... Ich kann die nicht schreien. Es ist einfach Medium Well durch, Digga. Wie heißt das? Well done. Hier sieht's pink aus, aber es ist nicht pink. Ne, ist es nicht. Ey, ganz kurz. Ich hab Medium dabei geschrieben. Bro. Medium? Ja. Wie viel Sterne hatte dieser Imbiss? Ich glaub... Zwei oder drei? Zwei Sterne auf Lieferando? Ich hab den schlechtesten geholt. Zwei Sterne auf Lieferando heißt, dass man direkt Salmonellen bekommen kann. Das ist ein chinesisches Restaurant, wo es Tzatziki gibt. Was erwartest du? Ey, mir ist... Mir ist No-Sock schlecht. Ja, passiert. Ne, jetzt bin ich wirklich raus. Auch rein. Das ist eine Biowaffe, das Essen. Was mach ich jetzt mit zehn Frühlingsrollen? Das Ding ist, es schmeckt nicht schlecht, aber ich hab einfach Angst, dass ich morgen mit Bauchschmerzen im Bett liege. Ja, das Steak kannst du schon essen, glaub ich. Steak ist safe. Was? Das hat einfach keine Bade, wenn die Frühlingsrollen haben. Ja, ist halt kein hochwertiges Fleisch, aber... Ich will das aber auch nicht wegschmeißen, jetzt die Frühlingsrollen, ne? Was mach ich denn jetzt damit? Wenn die ja kalt sind, isst die auch keiner mehr, ne? Können wir das denken, aber... Oh, fuck, die Schärfe kommt zurück. Bringt's zur Tafel. Ja, das Ding ist, ich hab grad auch sowas überlegt, aber die haben halt alle zu. Ja, ich nehm die erstmal nach Hause mit zu meinem Bruder und so. Willst du die mal oben alle... Holst du mal irgendwie eine Tüte und packst die alle nochmal in die Tüte, Tobi? Ja. Ey, mir ist schwindelig von der Schärfe. Mir ist wirklich schwindelig von der Schärfe, ne? Das ist ein gutes Steak. Warte mal, ich... Ah, komm. Ey... Meine ganze Fresse brennt. Meine ganze Fresse brennt einfach. Ich... Mein... Mir ist so schlecht. Mein ganzes Maul... Mein ganzes Maul ist einfach tot. Dicker, ich betäube grad meine Sinne. Akani, ich kann dir davon nichts abgeben, wirklich. Das ist kein... Das ist kein Essen für Menschen oder für Tiere. Das kann man nicht essen, Akani. Was nicht in die Suche...